Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Conan X1. Ich immer noch am Leveln. Sie mit ihrem güldenem Haar ist in Eile. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Weil ein Tänzer ist fertig. Ja, sie sind beide fertig. So, ich werde Holzregale herstellen. Möchtest du mit dabei sein bei der Platzierung unserer Tänzer? Ja, wo bist du denn? Oh, hier. Guck mal, ich laufe ein bisschen schwer, weil der wiegt ein bisschen viel. Immer den Nacken da hinten her. So, die wollen wir jetzt in den Tempel platzieren hier, ne? Genau. Rechts und links. So, was haben wir denn hier? Moment, da ist der Tänzer. Oder eine Tänzerin, man weiß es nicht. Uhuhu. Müssen wir erst gucken, dass sie nicht da die ganzen Vasen abräumt. Ja. Okay, ja. Passt. Bleib hier stehen, ich hol den anderen. Die waren schwer. Guck mal, dass sie nicht die Vasen zertrümmert. Ah! Ähm. Nicht wieder einstecken. Ähm. Ähm. Ja. Geil. Guck mal herkommen. Haha, geil. Was macht sie? Nein. Komm einfach her. Aber solange sie angezogen ist, ist alles in Ordnung. Ja, sie ist auch. Okay. Gut. Aber so ein hübsches Kleid wäre irgendwie netter gewesen. Ja, ja, ne? Irgendwie. Ah, ist es bequem? Ja, klar. Vor allem mit so einem Stück Holz im Knie. Total bequem. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie es aussieht, genießt du die Show. Ja. Wo ist der zweite? Der zweite kommt jetzt. Ich weiß nicht, aber ich glaube... Es ist... Da ist unsere Menschkele auch nie lächeln können. Hallo? Spiel? Ähm. Spiel? Spiel? Ich war gerade etwas abgelenkt. Hallo? Spiel? Spiel? So. Hier ist der zweite. Hier ist der zweite. Gott. Darf ich jetzt wieder? Wo ist der zweite? Äh, hier. Beweg dich. Juhu. Oh, der denn ist eine fesche Frisur. Ja. Siehste mal. Na ja, richtig cool. Ja, aber die hüpft ja nur so komisch rum. Hui. Die sind fast synchron. Die sind fast synchron. Wer? Ja, die zwei. Was? Bei mir tanzen die zwei unterschiedliche Tänze. Nee, bei mir sind sie fast... Ja, jetzt... Nee. Bei mir sind sie fast gleich. Nee. Bei mir hüpft die jetzt so rum wie ein edler Schwan. Und sie macht so eher den Volkstanz. Ohja. 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 Aber ich weiß nicht. Die nehmen mir da so ein bisschen Platz weg. Ja. Die nehmen mir da... Die nehmen mir da die Luft zum Atmen. Komm mal mit. Ähm. Oh, ich hab mir viel bessere Idee. Mach mal ab. Bad Entry? Weh, der ist jetzt weg. Weh, der ist jetzt weg. Was? Fuck. Bad Entry. Wieso? Was ist das? Weiß ich nicht. Das Feld ist jetzt rosa. Ey, das Feld. Oh Gott, ich lass jetzt... Oh scheiße. Ich lass jetzt das stehen. Ich bin jetzt ganz aufgebracht. Hä? Bei mir ist jetzt unten in dieser Leiste, wo eins bis acht ist. Mhm. Äh, ist bei mir die zwei rosa hinterlegt und da steht Bad Entry. Bei mir ist die acht weiß hinterlegt und da steht gar nichts, weil ich nicht lesen kann. Okay. Oh shit. Gut. Wir haben einen Tänzer verloren. Den müssen wir jetzt wieder holen. Na toll. Gut. Scheiße. Naja. Äh, 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 ich hab Holzregale. Ja, die hätte ich gern hier. Ganz viele Kisten können hier platziert werden. Oh, oh, hallo, hallo, hallo. Da eins. Da, 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 da. Gammelfleisch. Das Problem ist, für die äh, Kisten brauchst du 60 geformtes Holz. Und 45 Eisenverstärkung. Das dauert ein Weilchen. Wolltest du raus? So. Okay, passt. Da passt noch ein Holzregal hin. Zack. Ja. Und wie so auch immer sie zwei Treppen in dieses Haus einbauen musste. Ja, das ist für ein Style. Das sieht einfach nicht gut aus. Ja, das ist die Sims-Ader. Die kommt hier wieder richtig, richtig zur Geltung. Ja, würdest du in echt zwei Treppen laufen wollen, um zwei Räume zu betreten? Also ich ja nicht so. Ach so, ja, 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 da, ne, es ist, es muss, was muss, das muss. Hui. Na gut. Wie steht so meine Eisenverstärkung um meine geformtes Holz? Vielleicht kann ich ja nur eine Kiste herstellen. Ich glaub's zwar nicht, aber... So. Äh, nö. Ähm, nein. Nein, nein, nein. Eher nicht so. Hui. Hallo? Spiel? Oh, nicht wieder. So. Ich verkleide mal hier unsere ganzen... Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Unsere ganzen, ähm, Masten, Podeste. Äh, äh, wie? Wir haben doch... Wir haben doch... Ich hab doch irgendwo Markisen, aber ich weiß nicht... Wantebüchen... Mach doch nicht, wir können welche herstellen. Äh, ich sollte was trinken. Amons Bench immer noch. So, ja. Was lernen. Markisen, Sonnensegel. Schalten wir mal frei. Markisen hab ich auch irgendwo gesehen. Verstärktes Leder. Alter, jetzt such mal noch... Oh nein. Wie macht man denn verstärkt? Oh, kannst du schon die schwere Rüstung machen? Nur ein Teil davon. Schwere Schulterplatte. Und starbarm. Alter. Es war doch irgendwo, war doch dieses... Diese Markise oder irgendwas war doch da noch. Ich hab doch irgendwas gesehen. Ja, die hab ich vorher freigeschaltet. Wo ist denn die? Wie sieht denn die aus? Klein und zierlich. Ähm. Ich hab nämlich nur das Sonnensegel... Ach, das ist das. Äh. Aus orangefarbenem Stoff. Ach, ich hab's noch nicht freigeschaltet. Ach, du Scheiße. Verstärkt... Nee, Leder brauch ich. Leder und Äste. Nee, das sollte hinzukriegen sein. Dann gucken wir mal. Ach, ich hab noch so viel... Nee, ich muss erst mal... Jetzt abends? Jetzt dunkel? Weiß ich nicht. Warte. Ich werd hier erst noch mal ein bisschen bauen. Ach nee, Sonne steht noch ganz hoch. So, ich sammel mal. Ähm. Ich hab noch acht Podeste. Wiii! Acht? Ach, ich würd gern Monster töten, aber ich glaub, das wird jetzt nichts. Acht Fundamente hab ich jetzt hier noch. Hm. Ich glaube, wir werden hier anbauen. Weil nämlich... Upsala. Das weg. Dieses Stückchen. Was auch immer. Oder kann ich damit jetzt was machen? Nö. So. Zack. Zack. Oh Gott. Zack. 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 Ähm. Was kann ich denn noch alles herstellen? I have no stone. Das wollte ich gar nicht herstellen. Aufhören. Stop it. Wo bist denn du? Rohstoffe sammeln. Ja. Ich brauch aber Stein. Cool, ich darf Monster töten gehen. Ja. Stein. Ich muss den Fettraube mitnehmen. Äh. Nein. Autsch. Hä? Wo denn? Warte. Warte. Was? Einschlag? Ernsthaft? Ja, ich hab ihn schon angeditcht. Ach so. Ich brauch aber nen großes Monster. Er hat gesagt, ich hab nen dicken Po, hab ich gesagt. Nee. Und hab ihm meine geknallt. So. Nicht anders. Ja. Hallo Garzelle. Hallo Garzelle. Hallo Garzelle. Du hast gesagt, du willst einen Monster töten. Monster. Ja, ich find grad nix besseres. Spinnen. Drachen. Dinosaurier. Keine Antilopen. Ich schläg mich doch nicht mit so einem Tyrannosaurus Rex an. Bist du irre? Aber ich dachte eben, da ist ne Höhle, weil da so ein dunkler Fels ist. Ah. Jetzt greift sie mich gleich an hier. Was denn? Die Karzelle. Was? Die greift nicht an. Nee, die kamen eben so auf mich zugerannt. Da dachte ich so, jetzt geht's los. Jetzt bleib mal stehen, du bist Vieh. So schlimm, wie bei Dead by Daylight. So. Ich kann jetzt was herstellen. Was wollte ich denn? Ähm. Podest? Das war ein kleines Karzellenproblem. Warte mal ganz kurz. Hui. Wie praktisch. Also ich kann mich nicht bewegen. Oh Gott, die rennt hier die Arme. Ja. Nenn sie Forest. Lauf Forest, lauf. Oder stirb. Nein. Hi. 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 Na also. Neunhundert Steine. Ach, tot. So. Oh, hallo, Monsterchen. Da bist du ja. Nein. So, tot. You're carrying too much. Erleck mich doch. Jo, ich auch. Aber ich kann jetzt wieder nach Hause. Komm, wir gehen nach Hause. Bitte. Ich kann nicht nach Hause. Jetzt kann ich nach Hause. Nein, immer noch nicht. Äh. Äh. Du hast du hier wieder umgeschmissen. Das Arme. Schmeiß'n du da wieder weg. Hm? Schmeiß'n du da wieder weg. Zuhause ist links rum. Ich weiß, ich will dich nur sammeln. Ich renne jetzt nach Hause. Ich will dich auch leveln. Ja, ich muss ablehren und dann können wir wieder. Oh, vertrocknen. Du hast, glaube ich, ne magische Bindung zu diesen Raupen. Ich guck' keine Ahnung. Ey, mein Spiel liegt. Hilfe. Hilfe. Ah. So. Oh, ist jetzt los. Oh, okay. Ich warte. Ach, Spiel. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Ja, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen weg. Gar nichts. Du läufst bei mir in die Luft. Und die Tänzer tanzen in der Luft. So. Das wird im Spiel irgendwie zu viel. Das ganze Zeug, was hier rum steht. Welches Zeug? Die Häuser und so. Bis er das aufgebaut hat. Alter. Oh. Eine Milliarden Jahre später. Wir dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Wir haben jetzt Hausarrest. Ihr habt alle Hausarrest. Naja, so sieht's nämlich aus. Ich möchte jetzt hier aber noch... Ich möchte jetzt hier noch so einen Weg bauen. Vorher nix. Boah, komm, ich mach jetzt noch eine gechillte Bank hin. Dann kannst du nicht so hinflätzen und die Abendsonne genießen. Ja, tatsächlich die Abendsonne, weil irgendwie wird's hier langsam so ein bisschen düster. Huh? Ein bisschen düster, düster. Ja. Oh, hab ich doch. Oh, da, 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 da. Ich war oft so mit der Bank durch die Gegend. Vollkommen normal. Was geht, was du willst? Nein. Nein, ich hab nicht genug Rezurzen. I need some stone. Hast du Stein? Nö. Ich brauch aber Stein. Ich hab, ich mach ja viel Scheiße mit, aber geh nicht. Hab ich halt alleine, dann wärst du wieder durchs Universum gezogen. Jo, sehr wahrscheinlich sogar. Dämon. So, ich brauche ein paar Fundamente. Ähm, Gesundheit würde ich fast sagen. Ich hab mich grad gemütet, also. Ja, aber ich hab's gehört, dass du dich gemütet hast. Und da hab ich gedacht, ha? Das war bestimmt ein Hatschi. Also, jetzt möchte ich hier meinen Weg bauen. Dieser Weg. Wird kein leichter sein. Oh, hallo, Monsterchen. In der Tat steinige Sperr, hier. Äh, äh, äh. Jetzt. So. Ich bin an die Stufe aufgestiegen, juhu! Yay! Das ist hier für unsere Brunch-Terrasse. Ach, ein Wunderschemel. Ach, der ist hier weiß unterlegt. Ach, super. Toll. Hä? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, schlag ihn mal. Töte ihn. So. Ja, jetzt aber. Es langt hier. Jetzt stört er hier unser Anwesen. Ich glaub, der hat was geraucht. Nein, 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 nein. Das geht gar nicht. Ich glaub, der hat was geraucht. Und zack, und zack, und zack. Oh, ich hab auch sechs Steine. Hups. Toll. Sechs Stück. Wow, ne? Da haben wir. Nicht, dass du dir gleich einen Bruch hebst. Ich hatte ganz viel Holz dabei. Also, jetzt sei mal so gut, ne? Ich hab' ich jetzt hier. Ja, cool. Was können wir hier? Ich bräuchte vier Stühle. Das, äh, krieg ich hin. Auch kleine, runde Schemel, ist mir auch egal. Ja, vielleicht die eher, dass die nicht so wuchtig da... Ja, ist okay. Ich weiß nur nicht, wenn die halt zu den runden Schemel da unten im Invertrag gezielt werden, bei mir, dann haben wir ein Problem. Weil die sind nämlich, äh, verpackt. Wenn nicht, dann droppst du sie, weil bei mir, ich kann sie ja verwenden. Das ist natürlich ne Idee, warte mal. Dropp. Ich weiß jetzt gar nicht, sollen wir da noch ein Deppich in Läsch? Ich hab was getroppt. Oh, ich komm mal. So, komm. Äh, 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 äh. Hat die Keule geschmeckt, ja? Ich mach mal zehn runde Schemel, das sollte reichen. Zehn Stück! Äh, ja. Ja, okay. Ja, falls wir Gäste erwarten oder so. Ja, natürlich, natürlich. Kann ja sein. So. Rezepte lernen. Kann ich jetzt, glaub ich, äh, immer und nichts wirklich. Äh, äh, das hab ich schon. Jetzt setz ich mich immer auf so einen Schemel drauf. Goblinbeber. Ja, cool. Die sitzt zwar wie so ein Bauer auf dem Stuhl, aber... Ist doch egal. Jetzt haben wir nichts vor anderen hier. Ja, ja. Das, das gültene H und dann... 37, mhm. Boah, was ist die wohl für ne Spülung benutzt? Bibi, 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 bibi. Bibi, bibi, bibi. Bogenziel. Ein Ziel für die Verfeinerung von Pferdkampftechniken. Aha. Die hat sogar Wimpern. Richtig cool. Glaub ich bald die Punkte noch. Äh. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was denn? Was ist denn das hier? Äh. Wer bist du? Hey! Vaila! Wie war denn bei Daylight? Das ist Vaila! Hallo Vaila! Ähm. Unser Sklave mag ihn nicht. Ja, ja. Ich dachte auch grad. Oha! Ah. Ah, kacke. Wie tippen wir denn nochmal? Wie kann ich tippen? Äh. Warte mal, warte mal. Ich, ich, ich... Hallo. Du wendest dich gegen deine Herren, du Pisser. Äh, äh, die... Axt ist... Ähm. Raila. Hä? Wo ist der denn hin? Der steht da hinten. Der Sklave. Er rennt weg. Ja, den Sklaven den hab ich mir jetzt in die Tasche gesteckt. Wie kann man denn nochmal tippen? Äh, enter. Ah. Da, 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 da. Ach Vaila. Ah, jetzt, oh Gott, ich wollte noch was tippen. Ich hätte ihn jetzt fast getötet. Ich hätte ihn jetzt fast getötet, wenn da dein Name nicht gekommen wäre. Ich würde es aber immer noch irgendwie verstören, dass Leute einfach nachjoinen können. Ja. Das, äh, ja. Äh, 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 was wollte ich denn jetzt machen eigentlich? Ich wollte ursprünglich was ganz anderes. 21 herstellen. So, ich wollte leveln, immer noch. Ne, du wolltest mir noch zwei Schemel bauen. Ich hab hier acht Schemel. Neun. Ja, aber wo sind die? Warte, der zehnte ist noch grad in der Mache. Warte, ganz kurz. Na ja, ich hab ja Zeit. Wie cool, der da hinten rumsteht. Äh, 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 ähm. Oh, ne, aber was ist, wenn der auf unseren Sklaven losgeht? Ich musste mir den jetzt hier... Ich stell den jetzt mal wieder hier hin. So, Sklave. Aus. Drop. Zehn. Äh. Boah, aber das sind aber kleine Schemel, wenn jetzt alle in dieses Täschle reinpassen. Bleibt der jetzt hier stehen oder rennt der jetzt da gleich hin? Unser Sklave. Das ist ein Freund. Kein Feind. Nein. Oh Gott. So. Nein, angreift. Oder du kannst ja mal versuchen, ob du ihn zum Clan einladen kannst. Das macht man trotzdem. Äh, zur Person, so wie ich's dir letztes Mal erklärt hab, zur Person E gedrückt halten und dann steht da in Clan einladen. Aha. Müsstest du eigentlich machen können, weil du bist ja auch... Oh Gott, ich seh den Sandsturm kommen. Äh, ich kann ja gar nichts machen auf E gedrückt halten. Musst du machen. Okay, jetzt hab ich noch acht Schemel, mein lieber Himmel. Warte, ich geh da mal hin. Da steht ne Bank. Da steht bei mir in Achsen der Luft. Das find ich auch geil. Das find ich auch geil. Das ist tatsächlich der erste Mann, den wir hier jetzt haben. Stimmt, da spielt keine Frau. Oh, da ist wirklich ein Sandsturm. Ich verzieh mich. Sandstorm is coming. Oh Gott, hoffentlich fliegen unsere Schemel nicht weg. Setz mich hier mal hin. Ach, ich mach's dir mal bequem. Vor allem der Sandsturm, wie der einfach mal fett durch die ganzen Tempel hier saust. Das find ich auch immer geil. Oh, ich brauch Wasser. Ich geh wieder raus. Hallo Sandsturm. Ach ja. Die Herren hinten sitzt am Stuhl. Ich setz mich draußen auf die Holzbank. Mit dem Gesicht zur Wand. Ich bin, ich bin ein, äh, ein Depriker. Jetzt bin ich auch nur ne Luft. Oh, geil. Okay. Äh. Ach, sehr schön gemütlich hier. Am Wasser. Das ist doch mal ein Sandsturm, ey. Der war ja, der war ja... Das war ja gar nichts. Wo ist ein Wähler? Raubt der uns jetzt aus? Ist das ein Baba? Ein Dieb? Soll ich ihn einsperren? Wir haben keinen Gefängnis. Wenn ich weiß, wo ist, kann ich ihn einsperren. Doch, ich brauch mir die Tür zu machen. Er kann sie nicht bedienen. Aber er ist doch im Clan. Ach so, ist er das? Ja, ich hab ihn jetzt eingeladen. Ach so. Er sagt geile Hütte. Ich drück immer auf Escape. Immer. So. So. Wir können ja mal den Wähler fragen, ob er mit in Discord kommen möchte. Dann, dann hört man ihn auch. Ja. Oder wollt ihr ihn nur mal schnell spannen? Wir wissen es nicht. Wir werden es aufklären. Und werden es euch in der nächsten Folge berichten. Beten. Betet mich an. Tschüss. Ey guck, bei mir spielt da halt echt eine Achsen an Luft. Sieht das noch jemand hier? Die Achsen an Luft? Nein. Ja? Die da? Nein. Ich? Asaris, nimm deine Pillen. Nimm sie. Der Doktor hat gesagt, du darfst diese Sachen nicht sehen. Hey, hey, hey! Alter, willst du auf die Fresse? Was ist denn los mit dir, du Affe? Das ist mein König, geh weg! Ja, bestimmt. Doch, er schwebt! Ich werde dich nicht anbeten. Wir sind hier die Prinzessin. Okay, also. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!